Ja, endlich! Es geht los! ARD Text im Auftrag von Funk Das war ein Scheißgekicke gestern, das ist mir total auf den Sack gegangen. Die Torres kam direkt und hat uns da so ein Scheißding reingemacht. Verdammt noch mal, da werde ich was ausgeflippt. Wie siehst du eigentlich aus, verdammt noch mal? So, verdammt. Der Lehmann geht mir sowieso auf den Sack, der alte Babser. Der ist viel zu alt für die Nationale. Echt? Ich sag's dir. Na ja, auf jeden Fall. Weißt du, was mir am meisten auf den Sack gegangen ist? Der scheiße Rosetti hier. Dem seid ihr Pfeife, das war für'n Arsch! Was willst du bei dem Namen auch anders erwarten? Na, recht hast du. Aber trotzdem, Poltis Kopfstoß hat er auch nicht gesehen. Gedammt noch mal, da musst du'n Karte rum. Direkte Mangel hier. Direkte Mangel. Ich sag dir doch, Rosetti, das ist eine absolute Pfeife hier. Na ja, wir standen ja kurz vorm Gipfelsturm da drübe in Bergdeutschland, gell. Fast hätten wir's geschafft. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir 2010 in Südafrika mal schöne Titelchen holen, ne? Das machen wir auch. Zum Glück verleibt der Jögi unsere Träne, ne? Den schmeißen wir dann genauso wie die Spanier gestern diese kauhaarische Opfer in die Luft geschmissen haben. Schmeißen wir den dann auch in die Luft. Ich sag dir, die Spanier, das ist kein nettes Volk, ne? Was haben die denn mit ihm gemacht, mit dem armen, alter Mann? Habt ihr fast den S-Kastenweh gekriegt? Da fahr ich nicht mehr in den Urlaub, das sag ich dir. Hast du mal Euro für Schoppe, ne? Ja, aber doch genug fand. Ach ja, stimmt. Keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal erst mal, ne? Jetzt haben wir ihn noch ungefähr zwei Monate und dann fließt der Adler wieder. Da hab ich ein richtiger Gepock-Trophäe. SGE für immer. SGE für immer. Läuft. 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 Sag mal, du hast was was waschen da? Spieltuch nun. Es ist schon längst vorbei, jetzt komm ich her, verdammt nochmal!